Und da sind wir auch wieder Leute und heute will ich euch einmal zeigen, was die Paul Berger RP Spielwiese ist. Das Ganze findet auf dieser Insel hier statt und wie ihr auf die Insel kommt, ist ganz einfach. Ihr könnt nämlich, wenn ihr Unterstützer seid, bei jedem YouTuber zu Hause ganz einfach den Eingangspunkt für die Spielwiese suchen. Der ist bei jedem YouTuber, wie gesagt, zu Hause vertreten und dort drückt ihr einfach einmal E. Und dann Leute, werdet ihr auf die Insel teleportiert, ihr landet auf dem Boot und könnt das Boot hier wieder mit E verlassen. Und hier fängt es schon an, das ist die Spielwiese, das wird noch richtig voll mit ganz krassen Minigames werden. Und zum Beispiel das erste Minigame, was offiziell rausgekommen ist auf Paul Berger RP, das ist Raum erstellen, das Paul Berger RP Stuntrennen. Ihr könnt also auf dieser Insel hier einen eigenen Raum erstellen mit euren Freunden zusammen, dann sucht ihr euch die Map aus. Siehst du aus, als wärst du der Erste hier. Alter, was, wie krass. Dann könnt ihr eine Map aussuchen, zum Beispiel, die Maps sind von uns erstellt. Hier, Big M oder Canyon Crossing. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel einfach Chilliard und dann könnt ihr mit euren Freunden zusammen hier eine Lobby erstellen. Die können jetzt hier alle reinjoin und in 10 Sekunden geht's los. Oh mein Gott, Leute, ich bin richtig gespannt. Oh, was passiert denn jetzt, Leute? Let's go! Alter! Ihr könnt nämlich abseits vom RP geschehen, hier mit euren Freunden out of character ein bisschen Spaß haben, mit denen zusammen gechillt, einfach GTA zocken. Und ihr müsst Paul Berger RP gar nicht mehr verlassen. Das ist wie GTA Online aufgebaut. Und jetzt schaut mal ja, Leute, wie krass das abgeht. Oh mein Gott! Alter, let's go! Und das ist jetzt das Canyon Racing zum Beispiel. Und da könnt ihr gegen eure Freunde einfach Rennen fahren. Es geht los! Drei, zwei, eins, let's go! Oh mein Gott! Alter, wie schnell! Oh, Alter! Ich muss hier mal ein bisschen abbremsen. Wow, 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 wow! Let's go! Und die Rennen sind richtig krass. Ihr könnt hier oben in Paleto bei Insanity Shores. Wir sehen ja, wir sind gerade auf Mount Chiliad oben drauf. Wir können sogar in der Innenstadt richtig krasse Rennen fahren, mit richtig coolen Effekten. Ihr könnt mit Flugzeugen sogar fahren. Wow! Und noch vieles, vieles mehr, Leute. Let's go! Ich muss echt sagen, das macht richtig Spaß. Schaut mal, wie schnell ich hier lang brenne. Die Rennen sind richtig lange gestaltet und auch sehr, sehr gut gemacht. Sehr professionell alles. Und jetzt schaut mal, jetzt geht es hier hoch. Und ihr könnt mit euren Freunden zusammen hier richtig Spaß haben. Es gibt richtig viele Funktionen. Verschiedenste Fahrzeuge, Flugzeuge, Hubschrauber. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Au! Und hier ist ein Baum im Weg gewesen, Leute. Also Hindernisse gibt es natürlich auch. Wow, 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 wow. Hier müsst ihr richtig aufpassen. Aua! Wir könnten natürlich in dem gesamten Game-Modus auch OC reden. Das hat nichts... Alter, was ist jetzt das Bowling? Let's go! Also ihr müsst euch hier nicht an irgendwelche Regeln halten. Denn das hier hat nichts mit Roleplay zu tun. Das ist abseits von unserem Roleplay-Server quasi. Aber natürlich auf dem Server mit drauf. Das ist also einfach für alle, die mal entspannt ein bisschen GTA mit ihren Freunden spielen wollen. Und ich sage euch ehrlich, wenn ihr wüsstet, was da noch für krasse Spiele auf euch zukommen. Team Deathmatch, um jetzt mal eins davon zu nennen. Sehr, sehr krass. Capture the Flag natürlich auch. Also ihr habt bald richtig viel zu tun, Leute. Ich sage euch ehrlich, das ist nämlich sehr, sehr krass. Wow! Okay, vorne wartet das Ziel auf mich. Schnell an den Hindernissen vorbei. Oh mein Gott, was? Aua! Vorne wartet schon das Ziel auf mich. Let's go! Werden wir es schaffen, Leute. Eine Punktelandung. Das sieht richtig gut aus. Ein bisschen lenken. Und wir kommen dem Ziel nahe. Let's go! Wow! Was war das denn gewesen? Bam! Alter, wie krass war das denn? Ja, wir sind natürlich Erster. Und jetzt wird hier natürlich jeder Gewinner gezeigt. Let's go, Leute! Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Auf Paul-Berg-RP mit der Paul-Berg-RP-Spielwiese. Ciao mit Aua!